Moin Moin und herzlich Willkommen zu 7 Days to Die! Jo, die Etage hatten wir hier soweit fertig gemacht. Ja, aber die Hauptfrage die wir uns hier stellen müssen ist, kommt heute die Alpha 14? Ich glaube nicht wirklich dran, dennoch die Hoffnung stirbt zuletzt. Es wäre schön, denn die Alpha 13 hat zumindest so ein bisschen gefühlt, den Hype von 7 Days to Die, den man sonst so erlebt hat, ein bisschen gedrückt. So meine Wahrnehmung gewesen zumindest. Deswegen würde ich mich eigentlich freuen, wenn die Alpha 14 rauskommt. Warum? Jo, ich würde dann nämlich gerne Singleplayer machen mit den Quests und nach Nevis Games gehen. Denn ich habe ja eigentlich seit Alpha 11 das gar nicht mehr gezockt. Ich war nur noch in Random Maps unterwegs. Und die waren ja jetzt hier in der Alpha 13 nicht so schick. Und ja, deswegen würde ich mich über die Alpha 14 langsam mal freuen. Äh, ja. Und, äh, naja. Aber, was willst du denn machen? Wie viel hatte ich jetzt? Ach, Taschen sind noch leer. Wir räumen mal die Putze hier leer. Und gucken mal, was hier noch so schick jetzt ist. Vitamine, die ziehen wir uns gleich rein. Also, sollte die Alpha 14 heute rauskommen. Äh, dann wird ein bisschen gezockt. Und dann gibt's auf jeden Fall dieses Mal ein paar Folgen am Stück. Also am ersten Tag. Sonst habe ich's ja immer so gehandhabt, dass ich eine Folge rausgehauen hab. Ähm, und dann irgendwie jeden Tag ein paar. Dieses Mal hab ich das ein bisschen anders vor. Weil ich am ersten Tag gleich zwei, drei Folgen raushaum. Und... Dann, ja, ein paar Tage am Stück jeweils eine. Je nachdem auch wie sich das spielt, ne? Ähm, die... Oh, ne, war nix. Die Fun Pimps sind ja dafür berühmt, dass sie, äh, eine neue Alpha rausbringen. Und die so schwierig zu spielen ist, dass sie, äh, meistens am zweiten Tag schon die nächste Version der Alpha rausbringen. Mal gucken, ob die es diesmal besser hinbekommen und sie uns zu lange warten lassen. Obwohl sie es ja schon für Mitte Februar angekündigt hatten. Äh, weil die neue Version so toll wird. Aber, vielleicht wird's ja auch ein Easter. Kann ja auch sein, dass es nicht, äh, diesen Freitag sondern am nächsten Freitag rauskommt. Das wär tatsächlich ein bisschen unglücklich. Denn, äh, ich bin fast das komplette Osterwochenende nicht zu Hause. Und dann wär mein Plan, den ich eigentlich habe, äh, am ersten Tag zwei, drei, vier Folgen rauszuknallen, der wär futsch. Aber, wir werden sehen. Gläser haben wir mal wieder ohne Ende. Ohne Ende. So ist die Tür verschlossen hier, mach auf. Und safe. Wo wieder auch nix brauchbares drin sein wird. Naja, zum Glück haben wir ne, ich wollte grad sagen, ordentliche Pickaxe. Aber so ordentlich ist sie jetzt auch nicht. Ich musste mir nämlich aufm Weg hierher in die zerstörte Stadt nochmal ne Pickaxe selbst machen. Da ich meine Steel Axe vergessen hatte. Und zurücklaufen wollte ich auch nicht mehr. Naja. Das Shield hilft uns. Ja, ansonsten hört man die brennenden Zombies hier die ganze Zeit ganz, äh, gut. Sie nerven etwas. Nehme ich das mit rüber. Kann ich drauf verzichten. So, wir haben ja auch bald Nacht. Ich hoffe mal, äh, ich hoffe mal, dass ich in der Nacht, wenn ich hier noch ein bisschen aufräume gleich, keine Zombies verlocke. Ist ja immer so ne, bisschen schwierig mit dem Lärm hier. Das haben wir gut gesichert. Komm, wir bringen nochmal schnell Sachen weg. Das kann ich scrubben. Das kann ich rein theoretisch auch scrubben. Die Klamotten eigentlich auch. Das definitiv. Das andere kann ich mir ja nochmal angucken. Na, ich glaube, ich habe Chance diese Nacht, dass die Zombies Bock haben, zu mir zu kommen. Okay. War ich noch nie in so einem... Apartment? Das sieht irgendwie anders aus. Mal gucken. Mhm. 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 Kein Guessbuch. Das können wir scrubben. Ich bin mir unsicher. Kannten wir. Okay. Okay. Na, gibt Erfahrungspunkte. Ach, Mann, ey. Ich brauche dieses blöde Guessbuch. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt es nicht mehr, oder was? Haben sie es rausgenommen? Ach, Mann, 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 Mann. Hier, Waffenteile braucht auch kein Mensch mehr. Ich habe einen Shotgun und eine krasse Pistol, mit der ich nicht schießen kann. Mehr braucht auch kein Mensch. Naja. So. Was haben wir denn hier noch schickt? Noch ein Bücherregal. Gasrezept? Wenn die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja, ne? Okay. Okay. Hier. Ach, ich dachte schon wieder Vitamine, aber Kaffee haben wir wieder ordentlich gefunden. Und da war es Nacht. Das scrub ich mal gleich. So, zack. Ich habe nichts zu tun, oder so? Das räumen wir jetzt nochmal leer. Ihr hört auch auf das, was ich höre, oder? Habe ich keine Frames? Die sind alle schon verbaut hier. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich bin immer ein bisschen angespannt, wenn... Wenn Zombies in meiner Nähe so einen bekloppten Alarm machen... Weil es ja eigentlich keinen Grund dazu gibt. Ich bin ja recht ordentlich bestückt von meiner Verteidigung. Aber ich muss auf jeden Fall mal unten clearn hier. So, wir laden mal aus. Erstmal die schönen einzelnen Scrappen. Wir müssen wenigstens ein bisschen was auskriegen. Das können wir direkt essen. Welch, welch, welch? Scrap... Ach, und die Waffenteile... Ja komm, das lohnt sich doch nicht. Ähm... So... Okay, das können wir auch... Hallo? Scrappen. Scrappen. Ah ja, stimmt. Scrappen. Pinke, das brauchen wir nicht. Noch haben wir uns nicht vernetzt. Warte mal, komm. Short brauchen wir auf jeden Fall nicht. Scrap. So, die Biene soll hier mal keinen Stress machen. Oh, oh. Oh, oh. Da möchte jemand rein. Und ist wahrscheinlich sogar schon drin. Warte mal, kurz mal ruhig sein. Nö, ne? Ja. Ich bin undetected. Gar nix los. So. Also, wir haben Essen genug und können nicht mal was essen. Wir könnten was trinken, aber ich glaube, wenn ich das gerade richtig beobachtet habe, bin ich bei 100%. Da wollte ich gucken. Jo. Alles fein. Klamattentechnisch sieht das auch relativ gut aus. Das hat sich schon so angehört, als wenn die gerade neben mir gewesen wäre. Undetected. So. Stoff. Aber das kann nur brennen, ne? Jo. So. Das können wir so nicht. Hier brauchen wir hier trinken genug, essen genug. Hier können wir richtig entspannt noch vor Ort bleiben. ohne dass wir irgendeinen Mangel haben. Ohne dass wir irgendeinen Mangel haben. Okay. Die können wir scrubben. Eigentlich können wir die Pistole hier auch scrubben. Das macht sogar Sinn. Dann kriegen wir nämlich die Muni da noch mit und können das ein bisschen besser mitnehmen nachher alles. Scrub. Zack. Und zack. Hatten wir davon? Jo. Hatten wir. Sehr gut. So. Dann. Können wir das nochmal zu Ende. Na wobei zu Ende geht auch nicht. Ganz reichen wird es nicht. War auch schon schön auf 497 runter. Dafür nicht mehr so futsch. Naja. So. Dann gehen wir mal eine Etage tiefer. War ich hier schon? Du nimmst die Tür auf. Ich hab das Gefühl, dass hier so langsam aber sicher ein Zombie rein möchte. Aber sich noch ein bisschen unschlüssig ist, wo ich eigentlich stecke. Guck mal. Ist das... Geht das eigentlich noch heller hier für euch? Mal gucken. Ja. Heller, aber nicht schick, ne? Wenn die Zombies hier nicht werden, ne? Na, das ist ein richtig schläges Lootspiel. So. Wieder essen und trinken ohne Ende. War war ich jetzt? Ja, hier war ich. Keine Ahnung, warum ich jetzt die ganze Zeit mit der Stadt kann rumrennen. Das hat keine Gründe. So. Normalerweise könnte man ja auch sorgen, dass man ohne Aufnehmen dieses schicke Apartment auseinander nimmt. Ich hab nur Sorge, dass ich genau in dem Moment irgendeinen geilen Loot hab. Unter anderem das Gasrezept. Könnte man auf die Idee kommen? Dass er das extra gemacht hat. Das wollen wir nicht. Ne, und das ist ja nun mal das Spiel, ne? Es kann ja auch immer irgendwas spannendes passieren. Es taucht Zombie hinter einen auf. Was mir zum Glück noch nicht passiert. Das ist hier irgendwie in meinem Schutzkorridor. Was ich mir dann immer so ein bisschen... Oh, wie viel Kaffee. Was ich mir dann immer so ein bisschen aufgebaut hatte. Irgendeiner macht da auf jeden Fall Stress. Jetzt gucken wir uns gleich mal genauer an. Ist mir zum Glück noch nicht passiert. So einen schönen Spawn in der Base. Davon bin ich bisher verschont geblieben. Hunde war immer so ein Thema. Hab ich da gerade einen Hund knurren hören? Sozusagen wenn man vom Teufel spricht. Oh, das lassen wir da. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Ach ja. Also das ist alles so Standardzeug, was man findet. Und ich würde auch gerne weiter ziehen. Und mir nicht noch weiter diese doch sehr schicke, zerstörte Stadt anschauen. Denn hier gibt es halt wenig Spezialgebäude. Das ist so ein bisschen nervig. Die fehlen mir hier auf jeden Fall. Und hier in der Werkstatt... Mir fällt jetzt gerade das andere Wort dafür nicht ein. Ihr wisst schon, was ich meine. Gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Also nicht Tankstelle. Da war jetzt auch nichts Atemberaubendes drin. Irgendwie schwierig geworden. Und einen Neustart mache ich mit Sicherheit nicht. Das ist Quatsch. Dafür ist der zu kurz. Schön hässlich eigentlich, ne? So Bright sieht irgendwie nicht schick aus. Warte mal. Das ist vielleicht ein Bett, ne? Obwohl... Nö, passt zur Stimmung, ne? So... Was haben wir denn noch hier schickt? Ein Pokal für mich. Vielen Dank. So, das ist ein bisschen besser geschützt. Irgendwie finde ich das ein bisschen laggy gerade. Warum auch immer. Machen sich vielleicht gerade hunderte von Zombies auf den Weg zu mir. Deswegen leckt es ein bisschen oder so. Kann das sein? So, hier haben wir fast alles. So, den machen wir auch noch näher. Oh, der scheint aber recht groß zu sein. Irgendwelche Vitamine. Ne, gute Packs. Schon mal Scrappen. Eat. Scrappen. Das kann halt schon mal... Wech. Scrappen. Jo, sollte man nicht Scrappen, aber Scrappe ich. Warte mal... Da war auch noch was. So, dann kriegen wir nämlich das hier schön alles mit. Und das wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Wir brechen uns die Füße nicht. Toi, toi, toi. Wer gerade Holz in der Nähe hat, ne? Ihr wisst, was wir zu tun haben. Gläsers. Hat schon mal einer nach dem, ich sag mal, vierten Tag im Spiel schon mal ein Problem mit Gläsern gehabt? Also, ohne sie zu schmelzen. Ich musste noch nie Glas einschmelzen. Niemals nie. Ich hab immer gefühlt acht Milliarden Gläser gehabt. Also so spätestens ab dem siebten Tag war das so ein Überfluss. Braute ich mir echt keine Gedanken zu machen. So, Kochplotten brauche ich auch nicht. Ich werde hier nicht kochen müssen. Ich hab so genug Sachen dabei. Hier steht auch nichts Aufregendes. Ich meine, hier ist ja nicht mal ein Buch oder so, was man mal lesen könnte. Das hätte ja noch was. Nö, nö, nö. Dann sind wir mit der Etage auch durch. Na ja. Joa. Also, heute ist Freitag. Wir haben vielleicht Patch Day. Ich würde mich freuen. Und dann kommt natürlich gleich direkt morgen viele, viele Videos. So, wenn ich hier, da steht ein Bulle zum Beispiel. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn ich hier so stehe, werde ich bestimmt gleich entdeckt. Da kommt eine Biene. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Und natürlich möglicherweise bei der Alpha 14. Aber wenn ich auch nicht bei der Wild bei der Alpha 13 dabei bleibe, schreibt mir einen Kommi. Ob ihr euch auch schon auf die Alpha 13, nicht Alpha 13, sondern Alpha 14 freut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer LPG. Tschüss.